Heute geht es mal um was ganz anderes und zwar möchte ich heute mal Werbung machen für eine Geschichte, die mir persönlich sehr gefällt, wo ich mich gerade daran beteiligt habe und worüber ich euch mal ein bisschen erzählen möchte. Und zwar geht es um den Ocean Club oder besser gesagt Club Ocean und die machen was sehr interessantes, das gefällt mir und alles was irgendwo sinnvollerweise dazu beiträgt, was für die Umwelt zu tun, nicht auf die Straße kleben, sondern was sinnvolles für die Umwelt zu tun, da versuche ich immer mir ein Bild zu machen und auch dabei zu sein. Ich habe schon so einige Sachen da mal mitgemacht und jetzt das hier. Das finde ich sensationell, weil die Idee dahinter folgende ist. Du kannst dir also, so wie ich es dir getan habe, ich habe mir mal zwei so eine Armbänder gekauft, also eins für einen Wal und eins für eine Schildkröte. Das mit der Schildkröte habe ich gemacht, weil das dann, ich habe erst den Wal bestellt, kleiner Tipp von mir, ich habe erst den Wal bestellt und habe ich den bezahlen wollen und dann kam, wenn du jetzt noch so eine Schildkröte dazu nimmst, kriegst du 10 Euro Rabatt, habe ich natürlich gemacht. Okay, also kost 35, 36 Euro. Das ist nichts, was einen umbringt und dann bekommt man also zwei so eine Armbänder zugeschickt, ob man die jetzt trägt oder nicht, das ist einmal jetzt dahingestellt. Der entscheidende Punkt ist der, dass zu jedem Armband ein Tier sozusagen getrackt ist. Du hast also quasi deine persönliche Schildkröte oder deinen persönlichen Wal und den kannst du verfolgen. Und das finde ich eine spannende Geschichte, weil sozusagen in Kombination mit deinem Telefon zum Beispiel, kannst du jederzeit nachgucken, wo ist denn jetzt gerade mein Wal oder wo ist denn jetzt gerade meine Schildkröte oder was hatten die in den letzten Jahren oder Monaten oder Wochen für einen Weg zurückgelegt und so weiter. Das finde ich eine sensationelle Geschichte und deswegen möchte ich euch diese Internetseite mal ans Herz legen. Guckt da mal rein. Den Link stelle ich unten unter das Video und nein, ich habe da nichts davon. Das ist eine reine Werbemaßnahme für diese Seite. Das tue ich einfach aus freien Stücken. Aber ich finde das cool, so eine Nummer kann man mit Sicherheit unterstützen. Und wer von euch das gerne tun möchte, ist natürlich herzlich eingeladen dazu, diese Aktion mitzutragen. Das soll es gewesen sein in diesem Sinne. Tschüssi, macht's gut, der Frank.